Hallo meine Freunde! Willkommen zu Lonely Mountains Don Hill! Jo... Mal ne schöne Anmoderation auf Englisch. Ach jo immer! Thank you guys for the Steam K. Ähm... Ja... Mehr Englisch kann ich auch nicht. Oh, hier muss ich husten, Moment. Ach ja... Ja, ich hab wieder von den netten Entwicklern hier, von diesen netten Spielchen hier. Einen Code geschenkt bekommen, sozusagen zugeschickt bekommen. Um das Spiel mal zu zeigen. Und das machen wir direkt auch. Ein kleines... Ja, ich denk mal so... Aber wir gucken mal. Ich weiß nicht wie viele Folgen das werden. 1, 2... Mal gucken. Das Spiel ist ja natürlich noch in der Entwicklung, ja. Wie immer alles Weitere zum Spiel in der Videobeschreibung. Ich hab gerade was getrunken, aber anscheinend... Sorry dafür. Ja, ich will gar nicht lange schnacken. Wir legen mal los hier. Wir müssen ein bisschen, ja. Ich als alter Downhill-Profi, ja. Meine frühen... Meine jungen Jahren damals so, ne. Und Downhill und so. Ach, lang ist her, ne. Meine Profi-Zeit. Ja, genau. So. Spiel starten. Wir wollen ein bisschen Mountainbiken, ne. Ein bisschen Mountainbiken. Wir starten blind hinein. Berg 1, 1. Was? Great Horn. Äh, Great Horn. Great Horn. Ich bin ein Great Horn. Oder Green Horn. Eigentlich heißt das ja Green Horn, ne. Strecken frei gespielt. 1 und 4. Okay. Herausforderungen bestanden. Natürlich null. Ja, Rastplätze und so weiter und so fort. Das ist so ein Rang. Berge. Was haben wir denn da oben? Individualisieren. Oh Gott. Äh, Fortschritt. Ranglisten. Okay. Auswählen. Berge. Auswählen. Ja. Kann man hier noch was machen? Nein. Ach, hier können wir noch gucken. Wir können... Lackierung. Wir können unser Bike lackieren. Zum Beispiel. Uh. Design von Martin. Martin... Laue. Laue. Schuss. Schuss. Einfach mal schnell umgesprüht, ne. So, Rider. Rider. Klassik. Outfit. Helm. Oh. 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 Okay. Ja, wir gucken da mal kurz schnell rein hier, ne. Haare. Zum Beispiel. Graue Haare sind immer gut. Oh, mit Pferdeschwanz hier, du. Mit Pferdeschwanz. seitlicher zopf genau doppelzopf ist alles wahrscheinlich haa farbe jetzt ist es erstmal wurscht also da kommen wir später mal lackierung hatten wir ja schon was haben wir hier noch ein angebot nix peacekeeper haben wir was das teile gefunden ach so vielleicht später um das bike abzug abzugreifen upgraden ja 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 guck mal hier rennrad mäßig oder javelin javelin und ein trailblazer und den trailblazer oder boa hier mit dicken fetten reifen oder geronimo johnny muss ja auch nicht schlecht so ranglisten wer ist denn hier auf rang so wir sind ja auch so aus uns förder hier bis die feuertomate ist rang zwei wer auch immer das ist das eine feuertomate ein bekannter hier mal gucken mal 81 leute insgesamt so ist dauert natürlich ein bisschen ja das lauten keine verbindung zum server was bitte neu versuchen warum warum das server ist doch jetzt geht's jetzt fahren points egal so wir sind natürlich auf rang keine ahnung war frank keine ahnung vor allem ok weg auswahl wir machen wir wollen strecke machen berg auswählen ok strecken was träge 1 und 4 mit witwensschlucht die witwensschlucht downhill fahren auf der auf dem berg sozusagen witwensschlucht oder die der wird das so ich schwafel wieder ein blödsinn aber das ist ja normal kennt man ja von mir so entdecker alles 0 0 0 ich spiele mit tastatur ich habe mein gamepad ich glaube das ist vielleicht ein fehler dass ich nicht mit gamepad spielt aber mal gucken vielleicht klappt das ja auch einigermaßen mit der test der tue ich wollte jetzt hier nicht extra für das spielchen irgendwie dann nochmal ein gamepad und ich weiß gar nicht das ist auch egal aus geht's los geht's nicht aus kein zeitdruck was kein zeitdruck entdecker ausgewählt 1 1 überfahre die die ziellinie herausforderung annehmen herausforderung kann man eigentlich mit mehreren leuten ich glaube das ist ein single player ich habe jetzt gar nicht so geguckt auf die stelle ich habe einfach das spiel gestartet code bekommen direkt die e-mail durchgelesen aktiviert bis sie direkt das spiel gestartet aufnahme und ja befahren die ziellinie schalte neue herausforderungen frei beginner ist gesperrt warum steht denn beginner überfahre die ziellinie um weitere herausforderungen freizuschalten gesperrt experte bestehe zum freischalten alle beginner herausforderungen keine checkpoint was free rider bestehe zum freischalten alle ex was extrem experten herausforderungen also experten kein zeitdruck entdecker was haben wir denn noch hier gras hüpf gras gras shopper rahmen könnte man noch auswählen hier federung sprinten stoßdämpferung reifen beschleunigung haftung sozusagen die bodenhaftung ein gutes allround bike einfach zu lenken aber nur mittelmäßig schnell und gelände tauglich und das reicht ja es gibt es ja noch also nur den grass shopper nicht gleich wir haben noch ein peacebreaker also peacebreaker ja die stets man sieht ja das ändert sich natürlich auf der linken seite man sieht ja die balken hier und so so gut für scharfe kurven auf einfachen gelände aber ungeeignet für hohe drops chevelin der chevelin ein sehr schönes bike für einfaches gelände aber schwer zu kontrollieren trailblazer eine round bike mit einem höheren fokus auf unbewegliches gelände und tiefe drops aha so die bohr gebaut um selbst das härteste gelände zu verwenden ist natürlich alles noch gesperrt und geronimo natürlich das stabilste bike könnte selbst einen sturz von einer klippe überleben so natürlich gesperrt 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 wir haben natürlich nur ein bike den grass shopper ab geht die post beschleunigen ich bin nicht verbunden warum nicht oben rechts steht nicht verbunden warum okay es geht anscheinend auch mal wie als die ne fall das war angezeigt es gibt mir ist jetzt auch gerade geklappt sprint aha aha mit 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 umschalt oder was checkpoint neu starten das ist entfernt das müsste entfernt oder zurück zurücktaste linksbums ist ja eigentlich einfach ne gamepad ich glaube ich habe mal gamepad naja o lenken wir sind zwar nicht verbunden ich weiß nicht warum wir nicht verbunden sind da war ein stein liebe leute da war ein stein und dafür neustart wo bin ich denn da verspotten war dann tiefes loch man darf nicht vergessen das spiel ist noch in der entwicklung ja ihr seht gerade was passiert ist so wir fahren jetzt mal ganz ganz langsam es fehlt also kann man schade ich möchte gerne ich möchte gerne springen wenn er jetzt mit der tasse springen würde aber schon wieder gegen den blöden stein geballert du brauchst ein pflaster ja stimmt wenn mich gerade angezeichnete errungenschaft ja das machen wir jetzt bis wir das geschafft haben so lange nämlich auch das war sehr knapp komme ich auch weg wie schnell das fahrrad aber auch kaputt geht naja muss ich ja muss so sagen wir sind weitergekommen nein 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 das kann doch nicht wahr sein ich wollte auch da rum warum klappt das denn nicht hat man überhaupt unendliche versuche oder ja wir brettern jetzt einfach mal mit vollgas hier runter vor allem mit vollgas macht aber laune ja so mal für zwischendurch bluteffekte gibt es auch ja da hat er gehakelt also hier komme ich auch nicht rum ich muss gerade ausfahren sonst wird hat nichts ich knall ja jedes mal wenn ich da rumziehe knall ich ja jaja knall ich ja jedes mal dagegen das kannst du vergessen du ich schaff das nicht wir bremste verliert wir brems verliert oh wir haben es geschafft ich glaube das ja nicht nein 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 brems doch oh no alter ich war doch schon so weit ey wir sind doch schon so weit gekommen das ist auch nicht huge ich möchte doch nur ins ziel ankommen brems 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 job 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 gibt es ja auch checkpoints oder sowas ich brauche eine pause ohne pause leute ich brauche ein häuschen es gibt es keinen rückwärtsgang checkpoint ich glaube es ja nicht ja jejajajajaja bremsen ok ja ich hab gebrengst auch meine knochen das tut doch weh halleluja ach so wir müssen ja das war knapp so bunny hops machen wir ja auch nicht schlecht bremst doch also mit tastatur ist echt ein quäkram zweiter jackpot wenn ich auf zeit fahren müsste das würde überhaupt nicht genau tschüss also ich glaube er sollte ein bisschen mehr ich möchte keine werbung machen für repul okay es scheint laune zu aufgeflatscht aufgeflatscht vor allem scheint auf jeden fall laune zu kommen wir nicht hier runter und dann natürlich hier abkürzung nehmen müssen nur einigermaßen gut auf das war ein bisschen zu tief würde ich mal so behaupten das doch das geht doch nicht nein das geht nicht das war auch ein bisschen so so dass er gut ich werde besser kann das angehen ich werde besser wie gekonnt das war knapp sprint nice gleich beim ersten versuch profi ne vor allem profi und gegen baumknall dagegen irgendwie bist du im dorst vor dir was getrunken ja mache ich so normalerweise nicht in aufnahmen schön gemacht ja auch mit die geräusche und die schmetterlinge vor allem komisch kommen ja komm wir gucken mal wir schauen uns mal die schmetterlinge an mir ist das nicht schön die umgebung hört man eigentlich den specht im hintergrund die felge so durch die felge ist rat so durchklettert dadurch die kristen wie heiße klöder die schmerzigen waren so wo müssen wir auf lang Schöne Errungenschaft gerade. Der zahlt die Krankenhausrechnung. Oh, oh, oh. Die Krankenhausrechnung wird immer höher. Gebrochene Knochen vor allem. Und ja, hast du nicht gesehen. So, wir müssen hier, glaube ich, runter. Oder dann müssen wir hier lang. Und dann müssen wir hier rum. Und da geht es gerade aus. So, dann müssen wir hier so lang. Nein, ich habe gedacht, wir schaffen das noch da rum. Ach Leute, da hast du wieder einen Baum. Ich kann mal einer die Bäume hier wegnehmen, das ist doch nicht normal, ey. Ähm, kann ich hier nicht runter? Also da. Und dann hier so. Da geht es runter? Ja, ja. Nein. Okay. Schade. Also im Multiplayer würde das bestimmt Laune machen. Aber dann... Oh, ich bin zu schnell. Aber dann mit Gamepad. Natürlich. Ey, ich war doch nicht so schnell unterwegs. Und schon bin ich wieder gegen Stein und bin schon wieder auf die Schnauze geflogen. Ey, das ist doch... Ist doch nicht normal. Was? Nicht down gegangen? So, stimmt die Richtung überhaupt. Fast wieder gegen Baum, ne? Ich weiß auch nicht, wo lang. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Links rum, ab rechts rum. So. Wir müssen links rum. So wird das nix. So wird das nix. So wird's nix. Ich möchte zumindest noch diese... Oh, nicht. Also... Also ich möchte noch ins Ziel kommen. Warum sind hier so viele Bäume? Das war auch wieder knapp. Ja, ist klar. Einen kleinen Baum, ja? Ist klar. Aber sowas von. Ich lern's auch nicht. Vor allem erst daneben der kleine Baum, dann der große Baum. Okay. So schön langsam. Müssen wir doch eventuell das Fahrrad nehmen. Mit großen... Reifen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also fast. Gibt es noch ein Checkpoint oder sind wir gleich im Ziel? Brems! Alter. Oh, da vorne. Ich krieg die Krise, ey. Oh, lol. Wie lang ist denn so eine Strecke? Das war klar, wenn ich ein bisschen Gas gebe, dass ich hier... Ey, der muss so eine Reaktionszeit haben von... Und das sind meine Alter. Das geht nicht mehr. Wie gesagt, früher war ich Downhill-Profi. Ja, aber jetzt, also... Yes. Machen wir das so, ja? Das geht doch besser, komm. Ne? Hi, die Witz, Gardo. Oh, da komm, das geht doch. Yeah, komm. Kriegen wir hin. Zack. Ähm. Ähm. Okay, da geht es nicht weiter. Geht es eventuell da hinten weiter? Yo. Also, ich finde es irgendwie geil, ja? Leute. Das war zu schnell. Nee, da geht es doch nicht lang. Ich fahre mal gerade... Ich fahre mal gerade nicht da runter. Wir machen gerade mal ein bisschen gemütlicher. Wir fahren jetzt mal hier rum. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie in der Strecke gerade... wo es lang geht. Wo es lang geht. Da war wieder ein Stein im Weg. So. 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 Schauen wir mal, was wir hier hinten haben, zu unserer Linken. Da hinten kommen wir nicht lang. Wir müssen ja hier... Das war jetzt sehr, sehr schwach. Nur mal so am Rande. So. Müssen wir... Vielleicht rechts? Wir müssen rechts rum, ne? Also da unten rechts müssen wir rum. Nein. Da doch nicht. Hier müssen wir lang. Ebenfalls nicht gegen den Stein, aber da war ein Weg. Da müssen wir lang, liebe Leute. Halleluja. Das kann sich nur um Jahrzehnte handeln. Ja, genau. Er stöhnt auch schon fleißig mit. So. Schön abgedriftet. Der Weg ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt schön hier runter. Mit Bremsung. Was haben wir denn da hinten? Sag nicht, da ist ein Wasserfall. Da hinten hat ich ein schöner Wasserfall. Müssen wir da... Okay, wir hätten auf der anderen Seite, glaube ich, rumfahren können. Jetzt kommen wir ja nicht mehr weg, ne? Okay, das sieht auch schön aus. Erstmal das Fahrrad waschen hier. Mhm. Okay, wir kommen nicht mehr weg. Ich drück mal Enter, äh, Zurückpaste. Wir müssen ja... Leider wieder von vorne anfangen. Da sind wir im Baum hängen geblieben. Da sind wir schon wieder im Baum hängen geblieben. Alle guten Dinge sind drei. Okay, oder auch nicht. So, das gibt's wohl... Nein, mehrere Wege... Ja, mehrere Wege zum Ziel. Ah, das war zu hoch. Das war auch nicht gut. Oh Mann, ich möchte doch noch fertig werden hier. Okay, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr weg. Warum? Das war doch gut. Ist doch schön abgefedert. Ich verstehe es nicht. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Nooo, das ist doch nicht... Ich fahr jetzt wie normale Strecke, also nicht der 100 Jump, also... Jetzt hier ist es ja nicht so hoch, normalerweise. Brems, Brems, Brems. Okay, dann fahren wir gleich... ...geradeaus. Oder, ja, wir fahren jetzt hier. Ho, ho, ho. Checkpoint. Schön. Hier können wir ein bisschen Gas geben, hier. Wow, das war mal mit Speed. Ab jetzt geht's bergab. Okay, Errungenschaft-Frage, schon ab jetzt geht's bergab, ja. War das die erste Strecke, haben wir ein Ziel? Halleluja, Herausforderungen. Überfahre die Ziellinie, neue Herausforderungen freigeschaltet, okay. Leertaste, nochmal fahren, Enter, weiter zum Menü. Escape, weiterfahren. Okay, wir fahren ein bisschen weiter, aber nur ein bisschen. Oh. Checkpoint. Okay, sind wir richtig? Ja, wir sind... Ne, wir sind auch von da gekommen, oder? Hier gibt's nicht weiter. Das ist einfach nur Checkpoint 7. Gibt's hier weiter? Nö. Ne, ich glaub, hier geht's nicht weiter. Starte vom Anfang, geht an der Strecke 1. Spielvorsitzende, starte vom Checkpoint, starte zurück zum Menü. Aber ich würd' sagen, von dem Spiel haben wir bis jetzt erstmal soweit. Für den ersten Einblick genug gesehen. Wie hat's euch gefallen? Gebt mir gerne eine Rickenbildung, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Abo da, wenn wir so noch nicht getan haben, wem mein Kanal gefällt. Und wollt ihr mehr von dem Spielchen sehen? Sag mir Bescheid. Und ja, ich denk mal, so für zwischendurch kann man das mal spielen. Und das ist natürlich noch in der Entwicklung, Early Access. Ja, alles weitere zum Spiel, sagte ich auch schon am Anfang des Videos, der Folge hier. Natürlich alles unter der Videobeschreibung. Macht auf jeden Fall Laune, so für zwischendurch. Und natürlich ist das ein bisschen anstrengend. Ich hab jetzt mit Tassatur gespielt. Das ist natürlich mit Tassatur, das ist nix. Da musst du mit Gamepad spielen. Das ist natürlich viel, viel besser. Denk ich mal. So, jo, wunderbar. Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.